Dieses Auto wird seit 2013 gebaut. Und wenn ein Auto so lange gebaut wird und nicht gleich nach den ersten Modellen wieder abgesägt wird, dann spricht das für das Modell. Wir reden von immer teureren Preisen. 60.000, 70.000, 80.000, 90.000 und so weiter steht bei uns immer im Fazit auf dem Zettel. Heute haben wir ein Auto mitgebracht, das mal wieder für die günstigeren Preise zuständig sein soll. Das heißt für diejenigen, die einfach nicht so viel Geld auf der Seite haben für ein Auto oder auch nicht so viel ausgeben möchten, um mobil zu sein und trotzdem aber eigentlich auf nichts verzichten müssen. Auf was genau werden wir uns anschauen. Ich rede von Mitsubishi Space Star. Wir haben eine richtig tolle Variante, wie ich finde, hier vor uns stehen, denn wir haben ziemlich viel auch aus dem Zubehörshop. Und so können wir euch nämlich alles zeigen, was es denn noch zusätzlich gäbe, was ihr nehmen könnt, aber nicht müsst. Und deswegen finde ich dieses ein spannendes Modell, das hier uns zur Verfügung gestellt wurde. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Black Fouls Drive. Hier aus dem schönen Schwarzwald mit dem Space Star. Gleich zu Beginn komme ich gleich mit einer Bitte ins Haus. Und zwar dürft ihr uns natürlich gerne abonnieren kostenlos. Das freut uns nicht nur, sondern dadurch wachsen wir und können euch immer eben solche schicken Fahrzeuge zeigen, wie jetzt heute den Space Star, der bei 11.099 Euro startet. Dann in der Basis tatsächlich. Darüber liegt dann Select, darüber liegt Plus und darüber liegt Select Plus. Also das ist dann nochmal ein höheres drin. Das sind die Sonderausstattungen, das sind die Select-Ausstattungen. Und rüber kommt dann Top. Top ist bei Mitsubishi die Top-Ausstattung tatsächlich. Da ist dann alles, was dieses Modell hergibt, mit drin. Außer bei unserem Modell jetzt hier natürlich, da haben wir jetzt zusätzlich aus dem Zubehör-Shop noch einiges dazu gebucht bei diesem Modell. Wir bringen heute also den Top mit. Plus Zubehör werden wir euch zeigen. Wir fangen wie immer hier klassisch an der Front an. Wir haben auch das Dynamic Shield, so nennt sich das bei Mitsubishi die aktuelle Front. Wir haben jetzt hier aber schon tatsächlich bei der Front ein paar Sachen beim Zubehör, dass das Auto einfach ein bisschen spritziger macht. Wir haben den dunklen Kühlergrill, dass es jetzt noch nicht auffällig ist. Da könnte man aber auch rote Lamellen dazu buchen in dem Paket. Und dann hat man auch, so wie wir hier, wir haben es jetzt aber mit dem Chrom genommen, so Carbon-Applikationen mit auch einer roten Zierleiste. Das wirkt halt einfach nochmal so ein bisschen sportlicher und wertet einfach das Design hier auch nochmal auf. Braucht man nicht, aber es wertet halt das Ganze optisch nochmal auf. Und wer das möchte, kann das dazu buchen. Was das ganze Zubehör immer so kostet, das werden wir im Fazit auftröseln. Da reden wir immer über die Preise. Wir haben hier noch einen Nebelscheinwerfer. Das ist der Hauptscheinwerfer. Und das ist halogen in der Basis. Und tatsächlich nur bei der Ausstumslinie top, also bei der höchsten, ist das dann hier B-LED, so wie wir es jetzt hier haben. Ist natürlich nochmal ein Stückchen besser, ein bisschen heller. Ist aber natürlich noch kein Matrix-LED-Lichtscheinwerfer oder irgendeine adaptive Form. Aber das muss natürlich klar sein. Was mir jetzt noch wichtig ist hier an der Front, das machen wir natürlich auch immer, dass wir einfach so ein bisschen auch mit euch ins Gespräch kommen. Schreibt doch gerne schon mal drunter, bevor wir jetzt hier an die Seite gehen, was ihr denn vom Design des Mitsubishi Space Stars so haltet. So, 3,85 Meter ist der Space Star lang. 1,51 Meter ist der hoch und 1,67 Meter breit, damit ihr die Abmaße hier auch habt. Dann sehen wir zusätzlich, dass wir abgedunkelte Scheiben haben. Dann haben wir hier jetzt auch die Chrom-Spiegel und auch nochmal hier eine Chrom-Verzierung. Auch das wäre Zubehör. Und mit dem Paket vorne, aber kann es auch, glaube ich, einzeln dazu buchen, dann hier am Schweller auch nochmal diese Carbon-Optik mit dem roten Zierleiste. Passt natürlich bei unserem roten Modell zusätzlich einfach total gut. Und auch hier nochmal der Hinweis, es ist kein Muss, aber wer seinen Space Star einfach aufwerben möchte, kann dies tun. Neuen Farben gibt es für den Space Star aktuell im Angebot. Wir haben das Amarena Rot, ein sehr schöner Rotton. Es gibt auch noch einen anderen Rotton, der geht so ein bisschen ins lila-rote rein. So, jetzt habe ich meinen Sprachfehler behoben. Ist also so ein bisschen lila-mäßiger. Das ist halt das typische Rot. Es gibt aber auch noch Blau, Gelb, Schwarz, Weiß und so weiter. Tatsächlich witzig, bevor wir dann gleich noch am Ende über die Felgen sprechen, die günstigste Farbe ist Weiß beim Space Star und die teuerste Farbe auch. Das liegt daran, dass die teuerste natürlich ein Premium-Weiß ist und die Basisfarbe ist halt auch ein Weißton. Dann wisst ihr das schon mal an. Ansonsten kosten alle 500 Euro auch Amarena Rot. Und dann am Schluss, wie gesagt, noch was zu den Felgen. Wir starten beim Space Star mit 14 Zoll. Das hier ist eine 15 Zoll Felge und 15 Zoll ist auch das Maximum zum Beispiel bei Top. Aber wir haben jetzt hier nicht die Top-Felge, sondern wir haben jetzt hier auch tatsächlich eine Zubehörfelge. Die gibt es in schwarz, wie wir sie haben. Die gibt es aber auch dann nochmal mit hellem Design, also quasi Alu-Look. Wir haben jetzt hier auch bei unserem Modell einen Spoiler, der natürlich auch nochmal ein bisschen sportlicher wirkt. Optisch hat das halt einfach viel zu bedeuten. Abgenommenen Scheiben natürlich dann auch hier hinten. Bei den Rückleuchten haben wir jetzt bei unserer Variante Teil-LED. Das heißt, das ist LED, Birnchen und so weiter. Ist aber dann natürlich noch bei den Blinkern vorhanden. Ist aber auch irgendwo logisch, wenn man den Preis am Ende sieht. Was wir auch noch haben, ihr werdet es eher mit Details sehen, ist hier mit Zubishi Motors so eine Alu-Kante. Die gibt es aber auch in verschiedenen Farben, auch wie bei der Einstiegsleiste. Und das ist halt einfach nochmal um den Lack zu schützen. Hat aber auch nochmal so was Optisches natürlich. Space Star steht da mit Zubishi Logo. Dann haben wir jetzt hier nicht das Schlüsselloch, um den Schlüssel umzudrehen, sondern weil wir das Keyless Go System haben bei der Top-Variante, haben wir auch hier die Taste, um das Fahrzeug zu öffnen und zu verriegeln. Und auch hier haben wir tatsächlich so ein bisschen den Carbon-Ansatz, dass man halt dazu buchen muss, sonst hätte man das nicht. Was man auch noch dazu buchen kann, das haben wir jetzt hier, wie ich sehe, tatsächlich aber nicht. Es gäbe noch Parksensoren hinten, die man im Zubehörshop dazu buchen kann. Was wir jetzt haben, ich sehe sie allerdings jetzt hier nicht. Doch, da ist die Rückfahrkamera. Die ist bei der Top-Ausstattung dann auch mit dabei und reicht ja eigentlich auch. Aber klar, wer dann noch die Parksensoren möchte, kann die dazu buchen. Es gibt natürlich keine elektrische Heckklappe. Und dann sehen wir hier das Kofferraumvolumen, beziehungsweise wir sehen erstmal, dass wir hier noch das erhöhen können, beziehungsweise hochklappen können. Und dann haben wir hier nochmal auch vom Zubehörshop, ihr seht es ja mit einem Detail, so eine Wanne, wo man dann so abgesteckte Felder hat. Dann kann man noch einiges ablegen, wie zum Beispiel Wandreieck. Also sehr geschickt, ansonsten wäre das halt nicht ganz so praktisch. Ist aber eine tolle Sache. Jetzt wollt ihr aber natürlich noch wissen, was genau reingeht. Das sind 209 Liter bis 881 Liter tatsächlich, wenn man die Bänke dann am Ende noch umklappt. Also das ist natürlich auch möglich. Ist jetzt kein extrem riesiger Kofferraum, wie von einem Kombi. Aber das darf man ja auch nicht anders erwarten. Das ist hier ein Kleinwagen. Und ich sag mal so, ich war auch mit dem mal einkaufen. Das geht schon. Also man hat da jetzt keine großen Probleme. Klar, wenn man jetzt zum Beispiel zwei Kästen hier reinstellt, kann man den sonstigen Einkauf hier nicht mehr reinmachen. Dann muss man die halt woanders hinpacken. Ich hatte jetzt hier zwei Spudelkästen, wie gesagt, drin. Und den sonstigen Einkauf habe ich auf die Rückbank. Aber es geht schon. Also ist jetzt für die Klasse auf jeden Fall völlig in Ordnung. Eine Anhängerlast habe ich tatsächlich auch gefunden. Allerdings weiß ich nicht richtig, was ich damit anfangen kann. Ist wahrscheinlich nur so eine Anhängerkupplung, um was drauf zu stützen. Die Fahrräder. 100 Kilo ungebremst stand da, bis gebremst 200 Kilo. Also kein klassischer Wohnanhänger-Zugpferd. Das ist es nicht. Aber ist ja auch logisch. Aber ihr könntet zumindest damit Fahrräder transportieren. Reicht es für einen Grünguthänger? Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht. Da seht ihr ihn den 1,2 Liter Saugermotor mit jetzt drei Zylindern und 71 PS, 102 Nm, 15,8 Sekunden auf 100 und 163 kmh ist Schluss. Ja, es gab ein paar andere Motorisierungen noch. Jetzt gibt es gerade tatsächlich nur die eine. Man hat aber ab Select Plus noch die Möglichkeit und natürlich dann auch bei Top dann vom manuellen Schaltgetriebe auf einen Automatik zu wechseln. Genauer gesagt auf einen CVT-Getriebe. Kann nicht jeder was mit anfangen. Deswegen sage ich es dazu. Wir haben es jetzt mal mit an Bord. Ich wollte den Spacebar auch mal mit Automatik fahren. Ist im Alltag zwar ein bisschen angenehmer. Den Schalter würde ich tatsächlich aber beim Spacestar privat nehmen. Da habt ihr die Qual der Wahl. Da könnt ihr also tatsächlich ab Select Plus wählen. Ansonsten wäre es halt tatsächlich immer der Schalter. Der Verbrauch ist mit 5,8 Liter angegeben. 125 Gramm. CO2 stößt auf einen Kilometer aus. Und 35 Liter gehen insgesamt rein. Wir haben jetzt natürlich das CVT. Der ist tatsächlich ein bisschen weniger angegeben, wenn man den Schalter hat mit 5,0 bis 5,4. Je nach Variante. Wir haben den Bestwert erfahren mit 5,4. Das bin ich aber auch sehr sparsam gefahren. Ziemlich viel Stadt. Und dann halt auch über Land wirklich behutsam Gas gegeben. Und dann halt sparsam gefahren. Ansonsten lage ich jetzt zwar zwischen der Range tatsächlich von den 5,8 und auch 7 Liter. Weil ich halt auch immer schneller gefahren bin. Und dann verbraucht natürlich ein bisschen mehr. Liegt am Ende aber dann natürlich bei eurem Gasfuß. Was ihr davon braucht, reicht. Wir haben generell immer ein bisschen einen höheren Verbrauch. Er will die Autos ja auch testen. Bevor wir reingehen, zeigen wir euch immer noch den Schlüssel. Das ist die Rückseite. Da hat man die Taste für den Schlüsselbad. Dann öffnen und verriegeln. Das könnte ich auch tun. Damit öffnen und verriegeln. Allerdings bei unserer Variante, bei der Top-Variante. Da hat man hier, wo das Schlüsselloch ist. Das habt ihr ja auch schon beim Kofferraum gesehen. Dann nicht mehr die Öffnung zum Schlüssel reinstecken, sondern hat man eine Taste. Und dann sind die Spiegel nicht nur eingeklappt, sondern das Fahrzeug ist auch verriegelt. Hinten haben wir das dann logischerweise nicht mehr. Ich muss also dann wieder die Taste drücken und dann ist das Fahrzeug wieder offen. Und dann kann ich euch den Innenraum zeigen. So, dann herzlich willkommen auch hier im Interieur. Wir haben auch eine Mitsubishi-Einstiegsleiste aus dem Zubehörshop. Die gibt es in verschiedenen Farben. Wir haben das Alu-mäßige. Gibt es auch noch in Oroosch tatsächlich, schwarz und so weiter. Die Materialien sind natürlich hier härter. Wir haben aber so ein bisschen Stoff um den Arm herum und haben dann auch noch dieses Carbon-Dekor an der Tür. Aber ansonsten ist es natürlich dann härter. Ganz klar. Auch das Dashboard ist hart. Wir haben auch kein Head-Up-Display natürlich. Das ist hart. Wir haben aber hier so ein kleines Ablagefach und hier wäre dann das Handschuhfach. Ansonsten haben wir hier ein bisschen Pianolack. Jetzt, wie gesagt, hier das TVT-Getriebe, also Automatik. Zwei Cup-Holder bieten wir hier auch noch an. Wir haben sogar noch USB-Einschlüsse. Wir können hier dann auch noch die Sitzheizung zwei Stufe für den Beifahrer und Fahrer einstellen. Und wir haben eine manuelle Handbremse, die man hier nutzen kann. Und ich habe sogar noch als Fahrer hier eine Armauflage, die ich aber jederzeit weg transportieren kann. Ansonsten sitze ich hier gut. Das ist ein Stoffsitz. Ich mache mal ein anderer wie bei den Basisausstattungen vom Design her. Und Leder oder Ledernachbildung gibt es nicht. Nur damit ihr das halt wisst. Lenkrad sieht folgendermaßen aus. Da haben wir jetzt auch ein Multifunktionslenkrad ab den höheren Ausstattungen. Lauter, leiser und so weiter kann man ein paar Sachen einstellen. Man kann auch hier dann den Tempomaten einstellen. Ihr seht es jetzt auch ganz kurz. Wir haben einen analogen Parometer. Der ändert sich auch vom Design her nochmal bei den höheren Ausstattungslinien. Haben wir links den Drehzahlmesser. Ansonsten sehen wir die Geschwindigkeit. Und noch so einen kleinen Bordcomputer haben wir auch noch, wo man sich zum Beispiel verschiedene Sachen anzeigen kann. Und jetzt auch hier die Gesamtkilometer. Ja, der Wagen ist noch recht frisch, wie ihr das hier gesehen habt. Zur Bequemlichkeit des Sitzes und zur Höhe gleich noch ein Punkt. Wir sprechen noch ganz kurz über das Infotainmentsystem, das in der Basis 6,2 Zoll groß ist. Jetzt hier in der Top-Variante 7 Zoll groß. Und dann hat man auch Apple-Kabler und Android-Auto tatsächlich. Und digitales Radio. Also das ist dann schon relativ viel. Das ist ein einfaches System, findet man schnell zurecht. Man hat die Einstellung Telefon. Ansonsten hat man Radio oder Bluetooth. Und kommt dann halt so immer wieder zurück, wo man hin möchte. Einstellungen zum Beispiel. Und kann dann zum Beispiel auch die Tastenbeleuchtung einstellen. Und so weiter. Könnt ihr jetzt auch hier die Helligkeit des Displays jederzeit automatisieren. Oder hell oder dunkel einstellen. Also es ist einfach zu verstehen. Und hier unten drunter haben wir dann noch die Klimazone, die man sich hier auf Automatik stellen kann. Und sonst die Temperatur halt einstellen kann. Das ist keine Zwei-Zonen-Klimaanlage. Aber reicht völlig aus für dieses kleine Auto. Und hat auch hier seinen Dienst getan. Der letzte Punkt ist tatsächlich der Sitz. Es ist ein... Wie soll ich das sagen? Der Sitz an sich bequem. Also ich sitze hier wirklich gut drin. Habe auch einen guten Fahrkomfort während der Fahrt. Habe auch genügend Platz. Mit meinem Körpergröße von 1,85. Auch nach oben ist sogar noch ein bisschen Luft. Keine Faust mehr. Aber schon noch ein bisschen Luft. Könnte da also noch ein bisschen größer sein. Allerdings auf Dauer, wenn ich jetzt also länger wie 3-4 Stunden fahre, dann merke ich so ein bisschen im Rücken den Sitz. Kann auch sein, dass ich mich falsch eingestellt habe. Aber ansonsten ist es ein sehr bequemer Sitz. Und kann darüber eigentlich jetzt nichts Negatives feststellen. Wir werden uns aber natürlich noch angucken, wie man hinten sitzt. Das ist auch wichtig. Wenn man ja so ein Auto hat, dann nimmt man ja vielleicht auch mal jemanden mit. Dann herzlich willkommen auch hier im Fond. Wir haben die gleichen Materialien in der Tür. Eigentlich nur dieser Stoff fehlt. Aber wir haben hier oben dafür noch, auch beim Zubehörshop gefunden, so einen Sonnenschutz, so einen Stoff, den man da eingelebt. Sehr, sehr cool. Da kommt nicht ganz so viel Sonne hier rein. Gibt es natürlich hier beide Fenster. Und zusätzlich, das ist aber ein extra Punkt, hat man das dann auch noch mal hinten. Ansonsten sitze ich hier relativ gut. Sitze ist auf mich eingestellt. Und habe sogar noch so ein bisschen Platz. Also das ist da gar nicht das Thema. Aber oben stoße ich an. Meine Körpergröße von 1,85. Also da stoße ich tatsächlich an. Wenn ich nach hinten will, geht das nicht. Müsste ich mich in den Sitz reinfallen lassen. Und dann stoße ich aber immer noch an. Also für große Personen ist hier hinten tatsächlich ein bisschen enger. Aber es würde mal für eine kurze Zeit gehen. Zu dritt hier hinten stelle ich mir ziemlich schwierig vor. Das ist also wirklich sehr, sehr eng. Das würde ich also maximal zum kurzen Fahrt ins Restaurant. Oder mal eine kurze Fahrt innerhalb der Stadt. Würde ich mir das gefallen lassen. Zu zweit hier hinten. Da geht es aber definitiv auch mal länger. Aber ihr habt gesehen, von der Höhe her wird es dann bei 1,85 schon eng. Ja dann, herzlichen Willkommen zum Fahrindruck. Davor zeigen wir euch hier immer, falls vorhanden, eine Kamera. Wir haben aber eine. Ab der Top- oder beziehungsweise mit unserer Top-Ausstattung haben wir hier auch eine Rückfahrkamera. Die Linien lenken zwar nicht mit. Darstellung ist in der Nacht auch stark verpixelt. Aber es reicht aus. Man weiß, wo man hinkommt. Man sieht die Hindernisse. Und ich finde so ein Gimmick einfach gar nicht schlecht, wenn man so ein Auto hat. Auch wenn es ein recht kleines Auto ist, hilft es natürlich am Ende trotzdem. Wer aber sagt, ich brauche die großen Ausstattungen nicht, dann habe ich halt keine Rückfahrkamera. Der kann ja dann im Zubehörshop die Parksensoren eben dazu buchen. Also, da könnt ihr mal drunter schreiben, was euch da wichtiger wäre. Wir haben jetzt das TVT. Mir ist eingefallen, wir hatten glaube ich auch letztes Mal schon das TVT. Muss man wissen, ist halt so ein bisschen dieses Angestrengte, was man ja so kennt vom CVT. Es gäbe ja wie gesagt sonst auch noch den Schalter. Wieso zum Alltag ist es halt einfach angenehmer als mit dem CVT gewesen, wenn man dann halt einfach nicht schalten muss, wenn man auch mal im Stau steht, in der Stadt andauernd anfahren muss. Der Schalter ist aber halt dann noch ein bisschen spritziger, wenn man halt doch mal ein bisschen sportlicher fahren will. Aber beim Überholen zu viel halt auch die 71 PS zulassen. Also, das müsst ihr wissen. Der CVT ist natürlich auch deutlich teurer. Also, was heißt deutlich, aber der Aufpreis ist natürlich schon nicht zu verachten, wenn man den Gesamtpreis des Fahrzeugs sieht. Aber wir kommen dann nachher nochmal zu den Preisen. Ansonsten, vom Fahren her, muss ich sagen, fährt sich der Space da gut. Gerade für seine Klasse. Also, klar hören wir auch manchmal Abrollgeräusche und Windgeräusche. Gerade auch so ab 100 auf jeden Fall. Aber trotzdem ist es noch relativ, wenn man die Klasse mal bedenkt, einfach schön ruhig. Ansonsten ist es halt ein schön spritziges Auto und kommt überall gut rein. Findet immer eine Parklücke und ist halt auch in der Stadt gut damit aufgehoben. Was da auch nicht fehlen darf, ist natürlich das Thema Rundumsicht. Wenn ihr mal vorne rausschaut, dann seht ihr schon ganz gut, dass man da gut raussieht. Natürlich auch an den Scheiben an der Seite und hinten sehe ich gut raus. Ich habe natürlich hinten trotzdem eine breitere Säule. Da können Sie sich mal einen toteren Winkel verstecken. Aber wir haben jetzt in dem Fall noch die Rückfahrkamera, die Außenspiegel und den eigenen Kopf. Um es dann auszumerzen. Also ich hatte jetzt keine Probleme mehr. Die Spiegel sind groß genug. Das hat von meiner Seite aus definitiv gepasst. Zur Leistung. Ja, wir haben jetzt im Prinzip halt nur noch den Motor. Das heißt, man hat keine Wahl mehr. Nur noch, ob man schalten möchte oder nicht. Ich glaube schon, dass der Schalter sich spritziger anfühlt. Allein schon, wenn man es halt selber an der Hand hat von der Drehzahl. Ja, weil wenn ich jetzt halt hier mal am Ortsausgang drauf drücke. Klar, es geht jetzt auch bergauf. Aber 60, 70, 80. Ja, also es ist keine Rakete. Erwartet man natürlich auch nicht. Möchte man auch nicht. Und dafür wurde auch nicht gemacht. Aber es ist halt wirklich so, dass der jetzt nicht schnell ist. Da wären so 90 PS. Das wäre schon wirklich so mein Ding gewesen bei der Größe. Das hätte auch völlig gereicht. 70 PS sind ein bisschen mau. Reichen aber auch für die meisten völlig aus. Um von A nach B zu kommen und so weiter. Einzige, wo ich es tatsächlich mal gemerkt habe, eigentlich nur waren bei Überholen. Weil man muss auch fairerweise zu sagen, das Auto vor uns war ein RS5 Sportback Competition. Da bin ich natürlich mal hinter dem LKW zack drauf gedrückt und habe mal kurz überholt. Das war jetzt mit dem halt so schnell nicht möglich. Man musste das so ein bisschen planen. Also wenn man halt ein bisschen weiter gesehen hat. Aber ich möchte das gar nicht negativ bewerten. Also das ist halt so. Aber klar, wenn man halt von einem RS5 umsteigt, merkt man es halt noch wahrscheinlich ein bisschen krasser. Ansonsten habe ich mich trotzdem sehr gefreut, dass wir den nochmal fahren können. Wenn der jetzt geht, kommt der ASX. Bin ich auch sehr gespannt, ob wir den euch vorstellen können. Spacestar, ein gutes altes Auto, kann man fast schon sagen. Ein Auto, das wir schon länger kennen. Wie wir euch auch schon mal vorgestellt haben. Ich finde es einfach toll, dass es solche Fahrzeuge noch gibt. Natürlich hat er nicht alles. Er hat kein Matrix, er hat kein Head-to-Display, er hat keine kranke Anlage drin, kann ein 360-Grad-Kamerapaket, kein Panoramadach. Natürlich, diese Spielereien hat er alles nicht. Aber das muss man halt alles nachher bezahlen. Und gerade jetzt, wo wir in einer Phase sind, wo wir immer 50, 60 bis 130.000 Euro im Fazit erwähnen, und die Leute halt auch gucken müssen, wenn der Einkauf mittlerweile halt auch zwischen 100 und 200 Euro kostet, der Wocheneinkauf, da muss man halt vielleicht sagen, spare ich woanders. Und manche wollen auch gar nicht so viel Geld fürs Auto ausgeben. Und ich finde nach wie vor den Spacestar ein gutes Auto, wenn man einfach mobil sein möchte und trotzdem aber so ein paar Dinge halt haben möchte. Weil ich habe ja trotzdem ein schickes Infotainment-System, kann mein Handy koppeln jetzt hier, eine Rückfahrkamera, ich habe meine Sitzheizung für den Winter und es gäbe sogar im Zubehörshop noch eine Standheizung. Haltet euch fest. Und ansonsten elektrische Fensterhebel überall, bei mir sogar bei der Fahrerseite mit Automatikfunktion. Das heißt, ich muss nur einmal drücken. Es ist schon wirklich cool. Und was mich am meisten überrascht hat, das wusste ich gar nicht mehr, ist Kielesco tatsächlich. Klar, bei der Top-Ausstattung, aber auch das ist natürlich ein nützliches Gimmick. Also ich finde, er bietet schon recht viel. Man muss auch sagen, unsere Variante, so wie wir sie jetzt heute fahren, ist nicht ganz so günstig. Wir haben aber auch viel vom Zubehörshop. Das würde ich sagen, klamüstern wir jetzt im Fazit auf. Ich finde es nach wie vor ein gutes Auto, fährt sich toll und bietet so für das, was man zahlen muss am Ende des Tages. Wie nennt man es so schön? Preis-Leistung passt bei diesem Auto. Und was ich auch noch sagen möchte, er ist ja auch nicht hässlich. Es ist ja öfters mal so, dass man sagt, ja, ich habe nicht so viel Geld ausgegeben, dann ist das halt einfach ein hässliches Auto. Aber ich finde, der kann sich's hinlassen. Gerade jetzt so, wie er hier zusammengestellt wurde, ist das schon ein wirklicher, netter Stadtflitzer, oder? Was sagt ihr? Das war sie also, unsere Reise mit dem Space Star. Nach wie vor ein wirklich gutes Auto bietet einiges an. Gerade ein gutes Auto zum Anfangen oder halt eben auch für alle, die nicht so viel Geld ausgeben wollen oder können. Und man hat ja trotzdem noch ein gutes Auto, den man sich auf Wunsch mit den ganzen Zubehör-Sachen wirklich noch peppig darstellen kann. Was wir noch gar nicht erwähnt haben, aber was natürlich auch dazu gehört, ist auch mal eine Sache. Der zeigt ja ein echtes Ausbau-Frohr. Und das kann man auch vom Zubehör-Shop noch mit einem Edelstahl-Überzug quasi versehen. Dann sieht es noch mal ein bisschen sportlicher aus. Zusätzlich haben wir jetzt natürlich noch ein paar Anbaustellen zum Top dazu, wie diese Carbon-Anbauteile, die Felgen, die Chrom-Spiegel, die Sonnenschutz-Dinger und halt auch die Einstiegsleiste und der Schutz hinten beim Kofferraum. Das kostet natürlich alles extra. Versteht mich nicht falsch, ich habe vorher gesagt, dass unsere ein bisschen teurer ist. Es ist aber immer noch sehr, sehr, sehr bezahlbar. Trotzdem sind wir dann in einem Segment bei unserem Preis, wo man natürlich auch schon auf andere Autos schauen kann. Beim Startpreis kann man definitiv nicht auf viele andere Autos schauen. Wir starten nämlich bei tatsächlich 11.990 Euro laut Homepage und laut Broschüre bei 13.150 Euro. Deswegen habe ich jetzt beide Preise einfach mal genannt. Bei uns sitzt, wir haben auch eine Broschüre mitbekommen, 13.150 Euro Startpreis. Auf der Website steht ab 11. Müssen wir halt mal schauen. Die höchste Ausstattungslinie, top, die wir jetzt hier mitbringen, ohne Zubehör. Das habe ich jetzt einfach mal für euch noch gemacht, falls ihr das eben alles nicht braucht. Würde 20.680 Euro kosten. Das heißt, ihr hättet die Top-Ausführung mit dem 7-Zoll-Infotainment, Apple-Kable, Android-Auto, Rückfahrkamera, den Sitzen, Multifunktionslenkrad, B-LED-Scheinwerfer, dem Design, nur halt eben andere Felgen, aber auch 15 Zoll, kein Chrom hier, kein Carbon. Also dieses Zubehör, was ich euch gezeigt habe, das wäre dann weg. Wenn ihr das alles noch haben wollt, landen wir bei 21.940 Euro. Genau, da war aber zum Beispiel das Auspuff Edelstahl-Teil jetzt auch nicht mitgerendet, das habe ich gar nicht gefunden. Der Ladekantenschutz hinten, der kostet 115 Euro aus Edelstahl. Gibt es aber wie gesagt immer in verschiedenen Farben, auch in Orange, in Schwarz, in was weiß ich. Man kann den extrem krass individualisieren, das finde ich wichtig. Man kann auch so Streifen noch drauf machen lassen. Man kann wirklich sehr, sehr viel machen und das finde ich bei einem Kleinwagen halt extrem witzig und auch cool. Die Sonnenblende hinten kosten 121 Euro, 94 Euro dann nochmal für den Kofferraum. 85 Euro kostet die Einstiegsleiste. Die Chromspiegel hier, die kosten 139 Euro. Die Carbon, das Carbon-Paket tatsächlich, das würde 184 Euro kosten. Und der Spoiler, der jetzt hier nochmal noch ein bisschen sportiver wirkt, 189 Euro. Also ihr seht schon, das sind humane Preise. Auch unser Endpreis mit 21 irgendwas ist noch human. Was kriegt man da heute noch dafür? Und da hat man halt wirklich einen poppigen Stadtflitzer. Für wen lohnt sich das? Nicht für jeden. Definitiv nicht. Aber wenn es einer hingeht und sagt, okay, ich gebe zwar insgesamt nicht so viel Geld aus, aber wenn, dann möchte ich den schon eine Weile behalten. Dann möchte ich auch, dass er so, wie ich ihn haben möchte, mir gefällt. Oder für jemanden, der eben frisch anfängt, Auto zu fahren und eben auch das Auto lange haben möchte, dann finde ich das schon geil, dass man diese ganzen Individualisierungsmöglichkeiten hat. Und da kann man hingehen und sagen, ich nehme ihn in Rot, ich nehme ihn in Blau, ich nehme ihn in Gelb, habe aber schwarze Streifen, habe aber die schwarzen Zubiardfelgen, habe das Carbon noch mit drin, habe die BLED jetzt beim Top und dann habe ich mir echt ein schönes Auto gegönnt und habe am Ende aber halt jetzt auch nicht extrem in die Tasche gegriffen. Also Missy Bischi macht da schon einiges richtig, den verkaufen sie auch gut. Das ist, glaube ich, der Bestseller hier bei uns, der Space Star. Warum auch nicht, gutes Auto, nicht hässlich vor allem und bietet so die wichtigsten Sachen an, die man halt eben braucht. Klar ist auch, in der Basis ist nicht alles mit dabei, da könnt ihr euch mal durchschauen mit dem Konfigurator, ist schön aufgeschlüsselt, was dann immer mit dabei ist. Aber trotzdem finde ich es nach wie vor wichtig, euch den mal zu zeigen. Ich bin jetzt halt gespannt, was uns der ASX so zeigen wird, wobei das ja kein richtiger Mitsubishi ist. Das ist ja quasi ein Renault. Das ist noch ein richtiger Mitsubishi mit dem Dynamic Shield. Jetzt bin ich gespannt, was ihr sagt. Gefällt euch? Gefällt euch nicht? Würdet ihr das machen? Oder sagt ihr nein? Das würde ich tatsächlich nicht machen. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Ich finde ihn nach wie vor cool. Wenn ihr uns ein bisschen was zurückgeben wollt, dann dürft ihr uns gerne abonnieren. Das freut uns nicht nur, sondern dann wachsen wir eben und können euch immer mehr solche schicken Schätzchen zeigen. Ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Genießt noch kurz die Aussicht. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.